Da sind wir auch schon wieder, mit... Hey, Moment, der Typ schlau. Du kommst dir nicht vorbei. So, der Typ macht doch Blitzschaden, ne? Eigentlich müsste er mir jetzt keinen Schaden machen. Ich werde ihm mal einen Stein gegen den Kopf werfen. So. Okay, er macht natürlich meinem Schild Schaden. Und er macht mir Schaden. Warum hast du die anderen eigentlich schon rangerufen? Ich hab's nicht rangerufen. Doch, du hast einen Riesenstrahl nach da hinten abgefeuert. Oh, ich kann den ganzen Tag machen. Hey, du bist eingefroren. Ja. Ich doch! Du greifst mich da rein. Du brauchst mich nicht wieder überleben jetzt gerade. Jetzt kannst du mich wieder überleben. Ist gut, ich lebe ja schon. Okay. Warte mal, nee. Wir gehen erstmal gucken, ob da unten noch was ist. Ich glaube, es ist zwar fast nicht, aber... Geht's hier weiter? Doch. Moment. Ja, wir sind das letzte Mal schon nicht da oben langgegangen, glaube ich. Doch. Geht's hier weiter oder geht's da oben weiter? Geht's da oben weiter. Wir kommen nämlich nicht mehr zurück. Verdammt. Verdammtisch. Hey, wenn wir jetzt sterben... Äh, ich will aber nicht sterben. Doch, wir wollen jetzt sterben, um zu gucken, was da hinten gibt. Komm, wir sterben jetzt mal eine Runde. Warum willst du nicht sterben? Oh, fuck. Wow, ich hab nicht in mein eigenes Schild rein teleportiert. Okay, sie nehmen Staden. Und sie heilen sich. Nein, sie heilen sich. Elektro heilt sie? Warum denn das? So, ich will jetzt mal sterben, weil wir kommen bestimmt da hinten wieder raus. Warum? Wir beheilen doch alles. Ich will jetzt gucken, was da hinten ist. Vielleicht ist dort der letzte Elch versteckt. Warum auch immer. Pass doch mal auf, der Kontrollpunkt ist genau oben an der Tür. Ne, doch nicht. Das dürfen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Warte mal. Ja, und zwar hab ich jetzt ne Idee. Bam! Cutscene getriggert und verhindert. Oh, wir büßen übrigens gerade für unser Eindringen, ne? Oh, das hat dich mitgenommen. Multi-Kill. Da kommen gleich noch mehr, noch? Genau. Aber es ist schön, wenn man Gegner triggern kann. So, wir können die hierher holen, hier oben und dann, äh... Kommt mal her. Verdammt. Nein, 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 nein. Hör auf damit. Ich hab noch ein Kahn. Er kommt noch mehr. No! warst du das gerade mit dem Feuerblitzzauber lauf, lauf nicht stehen bleiben wirf doch bitte oh, der hat eine Axt fallen lassen nein ja, die Axt doch, die Axt kannst du nehmen ja, eben das ist Axt des Zwergenschampions von Champions für Champions Körper hoch Schaden, äh, Geschwindigkeit langsam das machst du jetzt ganz selbst machen genau ich stelle mich jetzt hier hin und trinke einen Kaffee warte mal, ich mach das mal anders pass auf, das kann ins Auge gehen ernsthaft ok du müsstest mich ganz kurz wiederbeleben dankeschön hey, ich kann boosten während ich eingefroren bin pass auf, sonst macht er seine Augen attackt wieder so und die da hinten greife ich mit einem mit einem explodierenden Stein gleich an was ist denn eigentlich A du sollst mich nicht mit Blitzen behauen was machst du denn der eigentlich geh mal da weg toll, dankeschön was denn, ich hab ihnen die Schilde genommen ja, die Schilde hätte ich ihnen auch nehmen können äh, aber du hast mir meinen ganzen Zauberzug genommen das ist keine gute Idee, glaube ich aber, bam sag mal, du hast es irgendwie mich mit Blitzen zu bad taste 425 von 1000 425? ich hab 800 was macht der denn da? was machst du da? oh, der hat doch schön der hat einen Glitch-Style schieß ihm doch einen Stein ins Gesicht warum du immer den Nahkampf-Zauber machst und ihn aus dem Glitch rausholen musst weil ich kämpfe wie ein Mann nicht wie eine Membe so, was sind das? das hatten wir noch erst schon ja, ich dachte hier wären irgendwie andere Symbole nein, so ja achso, so geht's auch ich hab's doch schon längst aktiviert gehabt ja, ich weiß, dass dein Flammen-Symbol ist danke danke, Spieche Schöner kommst, 12 von 14 nee, hier müssen das ist ne Falle, das ist ne Falle wir müssen hier gewesen sein ah, hier gibt's Elementarwesen-Beschwörung aber es war gut, dass wir zurückgegangen sind weil die können uns noch ziemlich nützlich sein werde ich mir gleich mal aufs auf die reinlegen, damit du siehst, wie du es machst ja, damit ich es schneller sehe Blizzard, Feuersturm, Gewitter Zeitserung, Totenerwecken Elementarwesen-Beschwörung sehr gut, was ist denn das? Arkan, Schild, Stein dann können wir gleich im nächsten Raum vor dem nächsten Raum können wir uns das geben so die kommen nicht mit die kommen nicht mit doch bei so den Sachen, ja das ist ein einfacher Raumwechsel wäre das gewesen so, das Arkan, Schild, Stein Nein, QF. QF. Ich habe irgendwas gemacht. Elementarwesen-Beschwörung. So, und jetzt mal... Womit wollen wir es beschwören? Mit Feuer. Zack, Leute, seht ihr? Und jetzt haben wir ein Elementarwesen, wie die aus der Unterwelt, das uns folgt und für uns kämpft. Bam. Der greift natürlich trotzdem erstmal weiter dich an. Könntest du mich vielleicht, vielleicht wiederbeleben? Könnte ich. Okay, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Das ist der Fall so. Unsere Arcanwesen halten ganz schön was aus. Ja, und mein Feuer-Arcan will... Mein Feuer-Elementar will irgendwie nichts machen. Das denkt sich so, warum sollte ich denn? Okay. Wie war der Tipp? Wenn deine Freunde sterben, ist es Zeit, sich halt ihre Sachen zu klauen. Oh, ich bin gestorben. Stimmt. Weißt du, was ich gerade sehe? Was denn? Ich nehme gar nicht auf. Nicht dein Ernst. Oh, jetzt habe ich gerade voll ins Mikro geheult. Bei wie vielen Minuten sind wir? Elf. Ja komm, dann hast du eine Folge mehr als ich. Dann steige ich in der nächsten Folge wieder ein. Okay. Leute. Musst du aber auf die Uhr jetzt achten. Ja, ich achte auf die Uhr. Oh nein, nicht die Stelle. Das ist nicht so schlimm. Die Stelle werden wir sowieso mehrmals machen müssen. Guck mal, meine Elementarwesen-Beschwörung ist mitgekommen. Nein. Ist die nicht? Ich habe erst... Hier ist nichts. Hier ist niemand. Außer dir und mir. Ja, aber meine... Die... Ich wollte das erst nicht, dies Wesen beschwören, sondern den Zauber schon mal legen, bevor ich den Raum gewechselt hatte. Der Zauber kommt mit. Oh, Augenmonster. Hau mal ein paar Elementarwesen raus. Möglichst nicht Wasser. Normalsterbliche würden sich wohl verstecken. Wollen wir uns verstecken? Nein, wir sind doch keine Normalsterbliche. So, geh mal weg, genau. Du weißt, dass die Fücher sich teleportieren können, ne? Ah, verdammt. Das wollte ich nicht. Ich wollte... D, 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 D. Du bist jetzt aber nicht tot, oder? Doch. So. Bitteschön. Ich bin auch tot. Bitteschön. Dankeschön. An der Stelle sind wir schon zur Hälfte verzweifelt, als wir mit unseren speziellen Roben gekämpft haben. Was soll das jetzt nur werden? Äh... Das, 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 das. Elementarwesenbeschwörung. Feuer. Verdammt, warum bin ich gestorben? Mich hat ein großer Stein getroffen. Lebst du mich schnell wieder? Gleich. Ich muss erstmal selbst. Du musst... Du kannst nur mit ASA... Dankeschön. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, es ist nur aus der Augentürrand da. Nee, oder doch. So. Er ist tot. So, ich will mal eine Blitzruhne wieder haben. Ich will auch eine Blitzruhne. Moment. Redlich. Da liegt noch einer. Ja, ich weiß. Was? Wenn ihr euch traut, sollten wir unseren Weg fortsetzen. Warum kommt der jetzt hier drin? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war immer so. Müssen wir jetzt hier dran? Lang? Nee. Hier ist der... Bleibt doch was stehen! Eine richtige Prinzessinnenflut. Mensch. Warum soll ich stehen bleiben? Ja, weil ich... Nee, jetzt kannst du wieder. Ich konnte gerade nichts aufnehmen. Wo sich die Kamera dauernd bewegt hat. Aber ich konnte nichts aufnehmen. So wie du nicht aufnehmen kannst. Na, ich kann ja aufnehmen. Ich mach's nur nicht. Und das. Und das. Und das. Und das. 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 Ja, was kommt hier an? Das. Und das. Was passiert eigentlich? Zack. Okay, Stein und Täter scheinen nicht als eben mit Tau. Nee. Hab ich auch gerade versucht. Aber Feuer hat sich als gut erwiesen. Du brennst übrigens. Nein, tu ich nicht. Wir sollten nicht so nahe aneinander stehen. Wenn wir hier so Ultra-Atac machen, gehen wir sonst richtig auf die Kasse. Bist du tot? Nein. Nur nass. Deswegen bin ich weggerannt. Ich kenn alle ihre Schilder noch. Da ist irgendwo einer. Ja, genau da ist der Zauberer. Der hat Blitzschutz. Ich hatte Blitzschutz. Natürlich hat es sein Untergegner. Natürlich bin ich tot. Schnell. Beleb mich wieder. Danke. Nein, ich bin tot. Schon wieder. Ich bin tot. Ich kann nicht wiederbeleben. Ich kann nicht wiederbeleben. Doch, du kannst. Du musst. Komm, schnell. Fresse. Hab ich gerade verschreitet. Jetzt bin ich tot. Das ist nur noch der Typ. Was? Was? Pass auf, der heilt sich. Mit ihn. Der Typ war jetzt nervig. So. Leute, ihr müsst bei mir nicht schauen. Ihr guckt jetzt einfach alle bei Blutty. Sie können bei dir nicht schauen. Halt. Halt. Ich hab's auch gesehen. Das macht man so hier. Ja, aber das ist, äh, ist das der Heimweg oder ist das der? Das ist der richtige Weg. Das ist der Geheimweg da drüben. Der Geheim? Ja, doch, das ist der Geheimweg. Da gab's irgendwas drin. Irgendwas cooles. Irgendwas lustiges. Oder cooles. Oder irgendwas gab's da drin. Ach so. Na gucken, wer's kriegt. Ach, ich krieg's. Du kriegst, du kriegst das. Das fliegende Schwert. Genau, ich habe bekommen einen heiligen Spalter. Eine Klinge, die aus einem Mann zwei machen kann. Gefertigt von einem besonders sturen Zwerg. Aus unerfindlichen Gründen verschenkt. Körper hoch. Schadens Typ. Langsam, aber durchdringt Rüstung. Das ist ziemlich gut. Also ihr seht das. Ist jetzt nicht gerade das Schnellste. Nein, sieht aber cool aus. Aber. Zack, durchdringt Rüstung. Wie ihr seht. Naja, es macht zumindest ordentlich Rüstungsschaden. Ich glaube, wir wollen hier mal Arkanwesen beschwören. Elementarwesen, immer noch. Zack. Guckt euch das ein. Trotz dieser scheiß Rüstung. Und du hast gerade deinen eigenen Typen getötet. Auch wenn du mich gerade ver... Nee, der Typ hat gerade seinen eigenen Typen getötet. Verdammt, jetzt hat er mich getötet. Irgendjemand hat mich mit Eis verlangsamt. Der Typ macht mehrere Zauber. Ja. Oh, hier draußen grillt jemand. Wie gemein ist das denn? Ich grille den Typen. Und er blitzdingst mich schon wieder mit Eis-Zauber. Aber er ist gleich tot. Er ist tot. Boah. Also, wir müssen jetzt sowieso gleich mal aufhören. Mein Arcan-Wesen rennt schon vor und greift irgendjemand an. Dann kann ich ganz schnell mein Fenster zumachen, denn... Hast du gerade Zunichtung gewirkt? Ja, ich will nicht, dass mein Arcan-Wesen vorrennt. Warum nicht? Okay, ich muss nicht unbedingt das Fenster zumachen, weil sonst rieche ich den ganzen Tag nur Grillgeruch. So, bis zur nächsten Folge, Leute. Dann auch wieder bei The Vardrag auf seinen Schern. Ah, ich sollte jetzt nicht meine Aufnahme starten. Genau. Du brennst. Ah, ich brenne! Bis dahin und tschüss.